Geht's schon los oder was? Äh, Sam, mach mal irgendwas Süßes fürs Intro. Götzchen! Er ist der Erste. Der Eine. Der Ewige. Euer geliebter Imperator. Und er sagt... Auf die Knie... Unterwürf dich aber dann, Bitch. Grüße meine geliebten Untergebenen und herzlich willkommen bei der zweiten Audienz. Dieses Mal müssen wir uns ein kleines bisschen beeilen, denn ich hab jeden Augenblick meinen Privatjet, der mich nach Grönland fliegen wird, wo ich dieses wunderschöne Land für mich beanspruchen werde. Und ja, wir haben ein bisschen Zeitdruck, darum geht's direkt los mit euren Fragen, die mir diesmal von Sam direkt aus der neu eingerichteten Imperialen Zentrale übertragen werden. Sam, es geht direkt los mit der ersten Frage. Bilder Nummer 1 fragt... Oh, heiliger, bösartiger, brillanter, allwissender Lord, der bald die ganze Welt herrschen wird, was hast du für eine Schuhgröße? Meine Schuhgröße ist... 42. Shirozaki 0815 fragt... Ich, mein Lord, werde euch unterstützen und euch helfen, wo ich nur kann. In diesem Sinne, welche Aufgabe habt ihr für mich? Welche Aufgabe ich für dich habe? Nun, das ist ganz einfach. Das letzte von mir hochgeladenem Video war ein Tutorial, wie man sich am besten zu unterwerfen hat. Am besten du folgst dir erstmal all diese Schritte und anschließend fragst du mich nochmal. Poor Image Jack fragt... Warum? Warum? Kann man euch nicht auf Facebook folgen? Mein lieber Freund, auf Facebook kann man nicht folgen, da man nur auf Twitter folgen kann. Du kannst auf Facebook allerdings liken. Tolle Sache. MrMuldibaldes3 fragt... Oh, Lord Abaddon, du größter aller Imperatoren. Machst du heute Party? Ich mach heute Party! Wir haben heute Party, David. Assigott fragt... Magst du mir Titten oder Ärsche? Eine ausgezeichnete Frage! Titten oder Ärsche? Titten oder Ärsche? Oh Gott! Is...Mitz? Mein Lord, wenn ihr erstmal die Welterschaft habt, und wir wissen, es ist nur eine Frage der Zeit, was werdet ihr als erstes tun? Naja, vermutlich... PARTY! Oskula Beriks fragt Mein Lord, aha, mein Herr und Meister, werdet ihr bereit, Abonnenten von euch mit in die Videos einzubeziehen? Ich bin ein sehr großer Freund von Videoantworten und aus diesem Grunde lade ich euch alle herzlich dazu, zu einem Unterwerfungsvideos hochzuladen und als Videoantwort auf irgendeines meiner Videos hochzuladen, ich werde sie alle sehen, ansonsten könnt ihr sie mir auch auf Facebook direkt schicken oder auf meiner Seite dort hochladen und ich werde sie mir alle ansehen und auch in meine Unterwerfungsplaylist reinpacken, die findet ihr auf meinem Kanal, dort sind alle Unterwerfungsvideos, die ich schon zugeschickt bekommen habe, aufgelistet. Außerdem werde ich natürlich auf Fantreffen usw. immer mal wieder Videos mit euch machen und ich habe ein größeres Projekt vor, bei welchem ich eine große jubile Menschenmenge brauche, aber dazu kommt irgendwann mal noch ein extra Vlog, bei dem ich das ein bisschen genauer erklären werde. Downloader fragt, wollt ihr den Totalkrieg? Nein, ich will Party! Wow, Moment mal, die Weltherrschaft gehört doch wohl mir. Hey warte mal, das ist ja gar keine Frage. Das ist wieder eine dieser Herausforderungen. Herausforderungen, Herausforderungen, mir gehört die Weltherrschaft, mir gehört die Weltherrschaft, meiner besten Freundin gehört die Weltherrschaft, meiner Penis gehört die Weltherrschaft, 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 ich werde einen Widerstand gründen, ich werde eine Rebellion anzetteln, bla bla bla. Und damit ist die heutige Audienz fast beendet, ein paar Fragen sind noch übrig, die werde ich dann gleich in Grönland beantworten. Ich muss mich jetzt leider auf den Weg machen und darum wünsche ich euch viel Spaß. Ich muss jetzt den privaten Jet erwischen. Ich hoffe ihr versteht das. Bis gleich. Grüße meine geliebten Untergebenen. Ich bin hier gerade vor der grönländischen Küste, mitten im, mitten im, mit den Füßen im Meer und komme in jeden Augenblick aus Deutschland die Fragen zur zweiten Audienz durchgegeben. Sam dürfte, Moment, ich frag mal kurz nach. Sam? Sam, bist du bereit? Ja mein Lord. Alles bereit. Alles klar. Okay, dann schießen wir los mit der ersten Frage. Tastyhand fragt My Lord, was haltet ihr vom Absolutismus? Der Absolutismus? Na, wir sind gute Freunde. 666crawler666 fragt Mein Lord, braucht ihr vielleicht Hilfe aus Österreich bei eurem Kleinen die Weltherrschaft an euch zu reißen? Ja, ich bitte sogar darum. Im Gegenteil, ich gehe davon aus. Österreich, das ist eines meiner Heimatländer. Sofort nachdem Deutschland unterworfen wurde von mir, werde ich mich um Österreich kümmern. Ein Anschluss wird stattfinden. Aber ich glaube, ich benenne das noch anders um. Das ist so negativ behaftet. Omnildrud fragt My Lord, warum gibt es bei euch eigentlich kein Parlament? Ein Parlament? Wozu denn? Endlich eine Frage beantwortet. Dann kann ich ja endlich dem Lord nach Grönland hinterherreisen. So mein geliebtes Volk, Grönland ist damit offiziell unterworfen. Und ich werde nun mit meinem Privatjet zurück in die Zentrale reisen. Wir sehen uns. Hallo? Hallo? Boah, er hat mich schon wieder vergessen! Ah! Grüße meine guten Untergebenen und danke dafür, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Denkt daran, dass ihr für die nächste Audience mir Fragen stellen könnt, indem ihr sie als Kommentar unter diesem Video postet oder als Videoantwort auf dieses Video einstellt. Klickt auf das Video zu meiner Linkin, um auf den Kanal von Sam zu kommen und klickt zu meiner Rechten, um zum Outtake-Video von der zweiten Audienz zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß und denkt daran, nur ihr könnt mir helfen, die Welt zu erobern!